In einem stündigen privaten Gespräch in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung und ja, es war eine besoffene Geschichte. Bis offene Geschichten, Poligarchen, Nichten, bis offene Geschichte, Angst vor Armin Wolf, bis offene Geschichten, Angst vor dem Satiriker, bis offene Geschichten, Angst vor der Wahrheit, bis offene Geschichten, Angst vor dem Islamwahl, bis offene Geschichten, Ende mit dem Höhenflug, bis offene Geschichten, Zeit für den Rücktritt, bis offene Geschichten. Bis zum nächsten Mal.